Die Top 4 Besten Produkte, X-Shot Sniper im Test Ich habe die elektrische Spielzeugpistole Gun Sniper ausprobiert und bin begeistert. Mit drei verschiedenen Automatik-Modi und einem Scope sind die Spielmöglichkeiten vielfältig. Es gibt sogar zwei Magazinen mit je 100 Darts, damit kann man lange Zeit spielen. Für Kinder ab 6 Jahren bis hin zu 10 Jahren ist diese elektrische Spielzeug-Scharfschützenpistole ideal geeignet. Das Spielzeug ist robust und macht Spaß für drinnen und draußen. Ein tolles Geschenk für kleine Abenteurer. Ich habe den Gelballblaster ausprobiert und bin wirklich beeindruckt. Mit der elektrischen Splatball-Automatik und der Schutzbrille konnte ich sicher und problemlos spielen. Die 50.000 Munition bringen jede Menge Spaß und machen das Spiel zu einem echten Abenteuer. Besonders toll ist, dass man das Outdoor-Spiel als Teamspiel gestalten kann. Das ist ideal für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, aber auch Erwachsene haben ihren Spaß damit. Ich kann den Gelballblaster als Spielzeug und für Sport- und Outdoor-Aktivitäten empfehlen. Ich bin absolut begeistert von dem Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD 8 Blaster. Der 8-Dart-Trommel und die 16 mitgelieferten Nerf-Darts sorgen für endlosen Spielspaß. Das abnehmbare Fernrohr und der abnehmbare Lauf sind großartige Funktionen, die das Spielerlebnis noch aufregender machen. Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend und der Blaster liegt gut in der Hand. Der einzige Nachteil könnte sein, dass das Nachladen etwas umständlich ist, aber das ist bei den meisten Schaumstoffblaster so. Insgesamt ist der Elite 2.0 Eagle Point RD 8 Blaster ein tolles Spielzeug für Kinder und Erwachsene, die auf Action und Abenteuer stehen. Ich liebe den Nerf Elite 2.0 Flip Shots Flip 32 Blaster. Die doppelte Feuerkraft und die Kapazität für 32 Darts sorgen für ein unglaubliches Spiel- und Schießerlebnis. Der Blaster ist leicht und einfach zu handhaben, was ich besonders schätze. Die 32 mitgelieferten Nerf Elite Darts sind einfach zu laden und lassen sich problemlos abfeuern. Ich kann dieses Spielzeug jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Blaster für die Freizeitaktivitäten im Freien ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.